So, da sind wir auch wieder zurück. Jetzt bekommt ihr auch mal wieder ein paar Missionsaufgaben. Nämlich bei den Herausforderungen hier in der Locke. Denkt dran, vergesst nicht, ihr müsst immer auf die Socke gehen, damit ihr die Aufgabe aktivieren könnt. Geht derzeit nicht, weil wir müssen ja noch 6 Stunden warten. Aber ich zeige euch ganz schnell, wie ihr die anderen Aufgaben macht. Aber kurze Info an alle, wenn ihr Bock habt auf Custom Games mit Preisgeld oder Skinverlosung, dann gerne ein Abo dalassen. Ich werde auch extra ein Video hinten dran hängen, wo ihr das Ganze nachgucken könnt. Auch wie ihr den Skin bekommt, einfach oben rechts die Infokarte mal durchgucken. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir direkt mal rein. Denn wir müssen ein bisschen mehr machen, als einfach nur ein Lagerfeuer anmachen. Aber das werde ich euch natürlich direkt zeigen. Kommt zwar ein bisschen spät, aber wir wissen ja inzwischen, es gibt immer wieder Leute, die es dann doch nicht finden. Oder nicht wissen, was sie machen sollen. Ist auch nicht böse gemeint, um Gottes Willen. Dafür bin ich ja quasi da. Und denkt dran, auch wenn ihr den Hintergrund haben wollt, dazu werde ich vielleicht auch noch schnell ein Video machen. Ich werde halt von jedem Tag die Aufgabe machen und was wir als Geschenk bekommen haben. Und wenn ihr natürlich Bock habt auf die Custom Games oder Skinverlosungen, gern ein Abo dalassen. Wundert euch nicht, derzeit bin ich ein bisschen im Stress. Es kommen kaum Livestreams, weil ich halt einfach mitten im Umzugstress bin. Also da ein bisschen Geduld haben. Ich sitze jetzt quasi hier zwischen Umzugskartons. Mein Kleiderschrank ist komplett leergeräumt. Aber ich habe ja gesagt, die Videos müssen kommen. Das bin ich euch halt irgendwie auch schuldig, wenn ich euren ganzen Support sehe an Geschenken, an Donations, was Geld betrifft. Also Gruß geht da wirklich an jeden Einzelnen raus. So, erster Tipp ist schon mal vorne weg, weil ich hier gerade selber schon am Abhauen bin. Holt euch definitiv Holz mit. Holz ist sehr wichtig. So, dann, was ich so gesehen habe, wo es Lagerfeuer gibt. Der beste Ort ist eigentlich so hier dieser Radius. Da werdet ihr an der Küste eigentlich sicher Lagerfeuer finden. Wir gucken auch jetzt mal einfach, ob wir auch da Glück haben. Aber ich denke mal schon. Weil da wird auch keiner landen. Deshalb machst du das Ganze halt im Solo-Modus. Könnt ihr natürlich in jedem x-beliebigen Modus machen, außer in Custom Games. Aber wir haben jetzt einfach mal dafür entschieden, das hier zu machen. Gehen wir auch direkt mal runter. Also für alle die, die die Kurzfassung haben wollen, einfach Lagerfeuer anzünden. Vorher ein bisschen Holz mitholen. Lagerfeuer nochmal anzünden, quasi wenn es schon am Brennen ist. Aber da unten ist schon eins. Jetzt hoffe ich nur, dass hier unten jetzt keiner landet. Weil wir müssen natürlich auch erstmal Holz farben. Nicht viel. Ich glaube, ihr braucht 30 Holz. Aber ich zeige euch das Ganze jetzt trotzdem. Sorry, da ich die Aufgabe schon gemacht habe. Aber ich war mir gestern nicht sicher, ob ich die Aufgabe noch angezeigt bekomme. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, machst du gerade schnell, bevor das Ganze doch schief geht. Wie gesagt, hier seht ihr Lagerfeuer. Erstmal gerade ein bisschen Holz holen. So, zack. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube 30 war es. Aber das werden wir jetzt sehen, wird ja wieder eine ganz schnelle Aufgabe werden. Ihr geht einfach zum Lagerfeuer hin. Einmal anzünden. Lasst es kurz brennen. Dann nochmal hin. Da, das ist das Anfachen. Wenn ihr einfach nochmal richtig Gas gebt bei dem Feuer. Und dann habt ihr auch die Aufgabe schon bekommen. Wir haben jetzt zwei Holz zu wenig. Ja, noch eins. Ich zeige es gerade nochmal. Und das ist Anfachen. So, da hat einer Langeweile. Ich werde aber hier rausgehen. Ich werde euch kurz zeigen, was die Belohnung dafür ist. Wie gesagt, im Hintergrund wird auch noch was kommen. Also ganz entspannt bleiben. So, na komm schon. Das wird eine ganz schnelle Geschichte hier werden. Aber ich denke mir, die meisten werden wahrscheinlich die Aufgabe schon fertig haben. Aber es gibt ja immer wieder welche, die heute erspielen können. Weil heute, ihr wisst, der letzte Schultag. Wir gehen jetzt mal gerade drauf. Das war halt, wie gesagt, hier die Aufgabe war das. Schüre ein Lagerfeuer. Dafür bekommen wir dieses Banner. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo dalassen. Glocke aktivieren. Dürft auch gerne meinen Creator-Code benutzen. Das unterstützt die ganzen Custom-Games und Skin-Verlosungen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Und in dem Sinne, haut rein.